so und da bin ich wieder und die runde ging noch ganz schön lang da unten links unten links 4 von 16 da bist reingegangen ja ganz unten links 5 von 16 gelb so viele spieler grün ein grüner pech gebraucht so viele spieler droht ja grün bin ich grün nein bis gar nichts du bist gar nichts ich bin gar nichts ich komme da nicht rein probieren was aus wo du reinkommst blau zu viele spieler das grün verlassen alter ich kann nur in grün rein grün konnte ich jetzt rein zu viele spieler was ist das ja ja lass das nein was denn scheiße kommst du rot rein wahrscheinlich nicht so zu viele spieler ja ich bin blau was nein ja weil ich gerade verlassen habe deswegen kaum lassen wir zum spawn noch mal gehen und lassen sie nach einer lobby gehen hier unten rechts da waren wir eben schon drin da oben 5 von 16 na toll was ist jetzt bei dir oben ganz oben links oder da zwei dreier ja ich ja blau ich bin drinnen erwoll bin auch drin geht doch 4 4 leute sind wir jetzt die weg alter du hast das gold ne ja ich fahren okay der lasst ihn fahren komm lasst ihn da hin gib ich ihnen das erstmal centos hast du Rüstung? ne habe ich noch nicht warte für wie viel hast du geholt? für zwei so scheiße wo ist denn die kacktruhe? hier ist schon eine so hier steht schon eine hey tu die in die truhe rein statt die mir zuzuwerfen bei den helmen habe ich jetzt nicht bekommen egal der kostet nicht viel ich weiß außer wenn jemand die ganze tour leert bei boah ein bisschen essen so hm was macht er da dann? der andere der macht echt für sich alles alleine oder ne? gucken wo die ersten lang gehen das ist immer wichtig ich habe das aber nicht mitbekommen dass die den so schnell abgebaut haben da hat der typ sich erstmal silber geschnappt eben ich brauche noch ein bisschen alter der geht in die mitte ja dann das muss irgendwas spezielles sein da kannst mir ja gleich mal bescheid sagen ein gold habe ich schon mal hol den pfeil ja könnte ich machen hm hm könnte ich ja da steht der andere wieder davor? ne doch nicht was bringt denn das da? was gibt es da? weiß ich nicht ich habe keinen Block wie ich hochkommen soll äh hier kannst du umtauschen billiger hier kannst du ach scheiße ähm was kann man da? da kannst du besser umtauschen Bronze oder was? ja ja da kannst du für ein stack ähm Bronze ein Gold holen okay also versuch den Bronze zu schnappen mhm obwohl das Silber dich brauchen direkt ein Schwert bei wieso steht der Affe jetzt vor mir? da ist Gold, da ist Gold komm 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 mein Gold, mein Gold ich habe kein Gold ich habe kein Gold warte mal jetzt hatte ich den ausgenommen Flash nicht vor mir stehen nein ich will Bronze haben war da eben drin ja kein Gold geben hab keins das ist ne Bronze geil geil bevor er rum heult ich muss mir gleich mal ein Schwert holen erstmal und werde dann erstmal da ne komm ich brauch ein Silber auf jeden Fall noch da komm nächste Gold okay ich kann mir gleich umtauschen um mir noch ein Gold zu holen so wenn wir Bronze haben ist das geil zack zack ist das geil wäre wenn man einen Trichter kaufen könnte für 16 Gold oder so kann man weiß ich ne wenn man könnte bei muss ich mich da wieder hoch bauen wo ne da kannst du du kannst an der Seite da hoch springen das geht ja komm ich schau mir trotzdem mal was ach ne geht das vor allem ich hab ne ich mach das nicht da komm achso blau ist das bye ich brauch ein Gold noch was wirft er da immer rein Blöcke zum bauen müsste man sich noch holen so haben wir ein paar geholt ein Gold da gut ich hol mir nen Bogen so schwul weg achso da baut sich schon einer von uns nach oben naja und irgendjemand schießt da ich weiß bei was hat er hier gemacht bei was hat er hier gemacht soll ich einfach mit dem ganzen Fluss da auch schon einmal block da reinsetzen was weiss weiss ob das geht bye ich werd hier voll getroffen ja ich hab krieg kein Gold hier die bar so fick dich das kann man hier noch knicken voll ich brauch was für essen unbedingt hol dir doch was ist aber scheiße teuer das Essen besonders wenn hier mal alle rumstehen ne ich krieg das alles weißt warum weil ich auf der Ecke stehe achso meist krieg ich aha und dann mit deinem hässlichen Kopf da weg bye geil eine Bronze habe ich nicht mehr was will der denn Bronze bei ach ach er baut doch schon ne Mauer hin bah steht da der Pisser schießt von oben meine Güte boah der junge nervt wenn du mich dazu baust hau ich dich getroffen ein Gold alter bye du bist doch mies getroffen hat er mich auch ich ihn auch bah du Pisser da schießt da rein mach das dicht mal ich hab ne Blöcke ach ja wollte man glaub ich immer nen Stick dabei haben hm glaub ich auch so da kann er nicht durchgehen ich brauch noch äh für Bogen zumindest durchgehen da schießt er durch um die Ecke boah boah alter alter das dauert jetzt schon viel viel länger als vorher na na ha tot war ich nicht ja ja wie teuer war denn das Fleisch überhaupt aber das hält eigentlich besser wegen Nahrung ich glaub ich bleib mal hier ein bisschen stehen um auch mal ein bisschen Essen zu besorgen dann wo bist du hin wo bist du hin in die Mütter so ja ja tipp 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 mal wenigstens einer muss dir mal stehen und dann mal die Sachen sammeln ja musst du auch hast du nen Bogen? nein ich hole mir jetzt einen könnt ihr den geben von mir jetzt ich hole mir einen aber wenn ich hier mir nicht stehe brauche ich noch nicht schwer zur Verteidigung ja ja aber wenn du dir selber holen willst zack obwohl wie viel Bronze ist da drin ja guck rein warte mal ich hole mir noch schnell einen dann hole ich mir warte mal was aha wieso soll er hacken wahrscheinlich nur weil er ihn killt ja nur weil sie getötet werden die können sowas nicht haben die sind bah ey manchmal wenn er hacken würde dann wäre er schon längst vom Server geflogen was ist das ja tu dir mal das Zeug da rein weil ich will eigentlich einen besseren Bogen haben ja guck mal hier was wir drin haben 22 selber ich weiß ich brauche sechs Stück ok ach komm schon zack ich habe da ein bisschen Fleisch reingetern gehabt ne egal boah ich mache hier wirklich produktives rumstehen und Sachen sammeln ok du 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 ich habe sieben Gold dabei ok und den scheiß fucking Bogen jetzt ach da habe ich ich habe mir das achter Schwert geholt hast du ein Schwert?